In diesem Beruf isolieren wir Leitungen. Wir machen aber auch Brandschutz. Mit Dämmstoff und dem Hüllen anschliessend mit Alu. Wenn die Temperatur im Unterschied von Düsseldrin ist, gibt es Kondens. Lüftungen. Es kann dann überall tröpfeln. In Nabilo wäre es nicht so gähig, wenn du die ganze Zeit tauscht werden würdest. Heizungen, Költeanlagen. Hauptsächlich Energie sparen. Man sieht viel von der Schweiz, wenn man auf Montage ist. Auf dem Land, man ist in der Stadt, man ist ein bisschen überall. Man geht überall hin. Man hat viele verschiedene Materialien. Man arbeitet mit Blech, mit Steinwohlen, Armaflex. Das ist synthetischer Koldschuk. Ja, man ist halt einfach vielseitig. Die Herausforderung ist eben, dass die Organisation auf den Bau stellen. Man arbeitet zum Beispiel in einer Kühlanlage. Es ist eiskalt. Man muss immer aufpassen, dass die heissen Leitungen, die nebenan sind, nicht ankommen. Sonst verbrannt man sich. Ja. Und jetzt bin ich zufrieden. Passt. Ja. 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 Ja.